so heilend kommt in der folge was geht so der mb-truck der darf hier noch ein bisschen weiter wir fahren dann den guten fans wir fahren wir nach hause oder nach hause ist die mülle oben ein bisschen rundum leuchte anschalten auch die sind da Das ist ja gar nicht ein langer Weg hier. Ich hab gedacht, der wär länger. Ja, gut. Dass der nicht so langer ist. Alles klar, was macht der MB-Truck? Geht's dir noch gut? Jo, was macht der denn hier wieder? Alles klar, was macht der hier? Egal. Düngen einfach bitte. Düngen bitte. Danke. Ist schon komisch, dass sie hier immer ausgehen. Das nervt ein bisschen. Ja, hier kommt es rein. Das Flachbeetgedöns kommt hier rein. So, dann gucken wir mal, ob wir noch ein Feld zum Ernten haben. Abgeerntet, abgeerntet, gepflügt sogar. Ja, dann hängen wir hier mal die Rolle dran. Und fahren dann mal zu Feld 55 und gucken, was der MB-Truck hier macht. Und wie wir sehen, sehen wir, dass er nichts macht. Ja, sieht sehr eigenartig aus, aber ist auch gut. Ja, das lassen wir drüber so nicht, dass ich hier noch irgendwas probieren muss. Und das macht irgendwie keinen Sinn mehr, hier noch irgendwas zu machen. Deswegen. Oh, das andere Feld ist da hinten schon gewachsen. Stimmt. Ja, oder darf er da auch nochmal drüber dünnen? Ja, und wir hatten zwei Dinge geschlossen, was ja das kein Problem sein. Ich weiß gar nicht, was ich mir mal gemacht habe. Ich glaube, so hier. Ähm. Willen Sie bitte fahren? Hallo. Let's see. Ähm, Fenton GTA, der ist hier. Die Rolle werden wir da unten abstellen und dann holen wir nach den Gungo Flugklappen. Hinten wir nach der Flüge, ne? Ne, wir proben einfach drüber, dass... Die 10% nicht sparen wollen wir uns jetzt mal. Der Anhänger kommt hier hin. So, da hängen wir hier mal den guten... äh... Den guten Gruber dran. Und ich hole den guten Antrag der Pflegebereifung. Alles ein bisschen Subtym an hier. Ach ja, wir haben sogar eine Spritze. Wir haben ja irgendein aus der Kaufe. Äh, Gruber steht hier. Haben wir nur den einen Gruber? Wir haben doch eigentlich schon einen großen Gruber. Nein, nein, haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir den kleinen Gruber. Oder habe ich noch einen Motokruber drin? Ähm... Der hier. 280 PS. Würde sogar ziehen. Dann kaufen wir nämlich den hier. Der ist doch nicht arg so teuer. Also so, der steht hier. Wo ist denn die noch? Hier ist er. Tun wir uns einfach mal schnell zurücksetzen, weil sonst dauert das hier alles so lang. Dann kriegen wir aber dann nichts mehr gebacken hier in der Folie. So. Ausklammern. So, jetzt fangen wir da unten an. War wieder ohne GPS, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Ist ein bisschen peinlich, aber ist echt so, ich weiß echt nicht, wie das funktioniert. Aber ich bin bis jetzt immer ohne GPS ausgekommen, deswegen sollte das klappen. Oh Gott, da war schon zu kämpfen, in der Fendt hier. Boah, was ist das für eine A82, ach, 22. Ich weiß nicht, dass wir eine 20 passen. So, okay, nehmen wir in der nächsten Folge, weil jetzt fahren wir erstmal den Mähdrecher, erinnern? Ja, dass der eventuell schon mal anfangen kann. Dann ist das Telefon. Ah, ist klar, er serviert, er wird gleich beendet. So, ähm, an das Gerät, nee, erst aufgaben. Jetzt aber, ähm, Strohabladung, anschalten mit, ja. Jetzt haben wir Stroh, weiß ich nicht, ob wir Stroh haben. Wir scheinen es ins Siebel zu kippen und irgendwas, nee, verkaufen wir einfach. Weil wir haben ja leider da, von daher, weil vor irgendwie, welche Viecher noch zu machen, habe ich jetzt, sag ich mal, jetzt erstmal nicht. Das ist ein bisschen zu viel Arbeit noch. Ähm, ja, dann irgendwie kann man halt leider. Also, wenn man vorführen kann, dass das andere Felder nicht wächst. Und erst gucken, ob wir auch, ähm, wie die Preise sind. Ähm, Stroh. What? Nee, hier, hier, Stroh. Joa, mh, aah. Hm. 40 Euro, aah. Geld ist es. Nimm mal lieber die 40 Euro. Hm, keine 40 Euro. Hm. Also, mein Vorsp... Jetzt habe ich nicht die Gurke verdorren, aber es ist... Ah, alles klar. Dann sehe ich es aus und ich würde sagen, Vorspuren tun wir in der nächsten Folge. Und ja, bis in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.